Menschen aus der Kurpfalz. Der Podcast von Kurpfalz erleben. Namen, Geschichten und Wissenswertes aus unserer Region. Präsentiert von der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord und AMEE. Die Akademie für Motivation, Entwicklung und Erfolg. Wenn man in der Kurpfalz über Fußball spricht, dann vor allem und meistens und vor anderen über den SV Waldhof. Trotz all der Höhen und Tiefen, die es in den letzten Jahrzehnten gab, strahlt dieser Verein immer noch eine große Kraft aus. Und ich freue mich ganz besonders, dass heute zwei Spieler von den Blau-Schwarzen bei mir sind. Das ist zum einen Marcel Segert und zum anderen Terrence Beuth. Herzlich willkommen, ihr zwei. Freut mich, dass ihr da gekommen seid. Wir wollen auch nicht über die Aktualität heute sprechen, sondern einfach ein bisschen über euch. Cello ist ja dein, ich fange mal mit dir an, langjähriger Kapitän auch dieses Klubs. Wenn ich sage Strahlkraft dieses Vereins, kannst du das nachempfinden? Ja, zu 100 Prozent. Ich glaube, jeder Traditionsverein, der seit Jahren einfach existent ist und polarisiert Massen ins Stadion bringt, der wird immer seine Strahlkraft haben. Das ist auch ligaunabhängig und das merkt man ja auch bei allen anderen Vereinen. Ob das dann zweite Liga ist, dritte, auch Regionalliga, auf jeden Fall. Ja, das ist interessant, dass dieser Verein, auch wenn sie wie lange Zeit ja auch in der vierten Liga gespielt haben, trotzdem meist oder oft über 10.000 Zuschauer in das Kalbent-Stadion kommen. Überrascht dich das? Ich meine, du bist ja schon seit Kindesbeinen an Blau-Schwarz. Ich glaube, dass Fußball an sich generell einfach schon eine eminent wichtige Sportart in Deutschland vor allem ist. Und man merkt ja immer bei so Highlight-Spielen, auch in der Regionalliga war das so, wenn es um was geht, wenn irgendwas ansteht, dann können hier schon Kräfte freigesetzt werden. Dann kommen viele ins Stadion. Da will keiner was verpassen. Und ich kann mich da auch anspiele gegen Saarbrücken, Regionalliga, 16.000. Ja, das ist außergewöhnlich. Aber ich sage immer für einen Traditionsverein, ja, glaube ich, was absolut Schönes dann auch. Ich habe die Frage schon vielen Profisportlern gestellt. Wenn da 16.000 drin sind, wie du gerade sagst, oder vor kurzem auch mal 20.000, merkst du das als Spieler? Ist das ein Unterschied, ob 5.000 da stehen und jubeln oder schreien oder ob 20.000 drin sind? Ja, das merkst du schon auf jeden Fall. Also was natürlich schon so ist mit den Jahren, gewöhnt man sich an das Ganze oder an den ganzen Zirkus da. Am Anfang ist man da als junger Spieler mit 19, 20, 21 ist man da auf jeden Fall noch aufgeregter. Aber es ist definitiv ein Unterschied, ob man auf dem Betzenberg ein Derby vor 37.000 mit dem Waldhof spielt oder eben vor 8.000 in Halle beispielsweise. Das ist einfach nochmal ein Unterschied. Und da ist der Adrenalinspiegel dann nochmal etwas höher. Aber nichtsdestotrotz, man hat seinen Automatismen und versucht einfach bestmöglich damit umzugehen. Der Terrence liegt mit dem Kopf. Ja, der weiß, wie es... Der weiß, wie er laut angespielt hat. Unter anderem, unter anderem. Ja, ich finde auch, weil du gesagt hast, in den Anfangsjahren war man 100 Prozent, wie alle die ersten Spiele, war man ja richtig aufgeregt. Und jetzt ist es so, dass du brauchst, also je mehr Massen kommen, desto besser ist es auch für dich. Also nicht, dass du dann ruhiger wirst, aber es ist halt umso geiler, wenn weiß, es sind 20.000 da, als wenn jetzt fünf da sind, weil einfach viel mehr Energie erzeugt wird in einem Stadion. Egal ob heim oder auswärts, weil das macht schon was mit dir und es beflügelt auch. Und das ist geil. Und deswegen trainierst du auch. Also dafür, für solche Spiele brennst du ja. Und das feuert dich einfach noch mehr an. Terrence, wenn ich sage, du bist... Und das ist wirklich nicht despektierlich gemeint. Das ist auch nicht bewertend gemeint. Wenn ich sage, du bist ein Wandervogel, was den Fußball angeht, würdest du dem zustimmen? Ja, auf jeden Fall. Also als andere wäre ja gelogen. Ich habe auf jeden Fall schon viele Stationen hinter mir. Und auch genau deswegen habe ich mich jetzt hier auch, ich bin jetzt 33, ich werde jetzt keine zehn Jahre mehr spielen, bewusst jetzt auch dazu entschieden, dass ich dann Richtung Heimat mich einpendeln werde. Und deswegen kam es ja auch zu diesem nicht üblichen Wechsel. Aber dadurch, dass meine Frau halt aus der Region ist, unsere Kinder hier jetzt eingeschult, also die Große eingeschult wurde, die Kleine ist im Kindergarten, die ihr Umfeld haben. Meine Frau bei ihrer Familie und ihrem Freundeskreis ist und wir unseren Lebensmittelpunkt hier haben und sehen. Deswegen war es für mich dann einfach die perfekte Lösung, dass ich zum Waldhof wechseln konnte. Und als Familienvater, als Privatperson hat alles gepasst, ist super. Wenn man deine Stationen durchgeht, da waren ja nicht nur deutsche Vereine dabei. Du warst unter anderem in Toronto, eine wunderschöne Stadt, wie ich finde. Du warst in Österreich, hast dort gespielt. Wie kommen solche Wechsel zusammen oder wie passiert das? Ich weiß nicht, ob du einen Agent hast wie die meisten Fußballer. Der leitet das dann ein? Ja klar, jeder Spieler hat Berater. Also ich glaube aber, das war jetzt eher, also weniger Berater, das war eher dieses, ja man ist sich schon mal über den Weg gelaufen und das kam dann so. Also bei Rapid Wien war es so, da war ich bei Dortmund Amateure, war schon A-Nationalspieler für USA, was gar keinen Sinn gemacht hat. Co-Trainer von Jürgen Klinsmann war Andreas Herzog. So, er hat dann Rapid Wien vorgeschlagen, ey holt euch doch den Beuth. Dann, ja dann ging das zack, zack, zack und war auch eine richtig geile Zeit dort. Hat sich auch nicht wirklich für Ausland angefühlt, muss man auch sagen, mit Wien. Und Toronto war so, dass ich den Sportdirektor schon mal kannte, weil er zu, als ich noch bei RB war, war der von Red Bull New York der Sportdirektor, da hatten wir auch schon mal Kontakt. Er ist dann der Sportdirektor von Toronto geworden. Das war eine Phase, wo ich dann bei Darmstadt später gar nicht mehr zum Zug gekommen bin, nicht gut gespielt habe, mich nicht wohl gefühlt habe. Und dadurch, dass ich halt, ja, auch US-Amerikaner bin, wollte ich auf jeden Fall die Chance nicht verpassen, mal in der MLS gespielt zu haben. Und deswegen habe ich dann, hat er sich dann bei meinem Berater gemeldet, dass sie Interesse haben. Und dann bin ich zu Toronto gegangen, weil ich es auf jeden Fall mal gerne erleben möchte, ja. Marcel, wenn du seine Vita siehst und deine, du ja größtenteils treu geblieben bist, dem SV Waldhof, bis auf eine, glaube ich, Station, und wo du anders warst, wie klingt das für dich? Ist das befremdlich oder sagst du, das ist seine Sache, jeder soll machen, was er will? Nee, um ehrlich zu sein, finde ich das auch ein Stück weit beneidenswert, weil ich bin immer in der Region geblieben. Und Terrence hat, was jetzt Fußball angeht, einfach, ja, viel mehr, ja, viel mehr Städte gesehen, viel mehr Kulturen erlebt. Das ist eine Sache, die auf seiner Haben-Seite steht. Und das ist eine Sache, wo ich persönlich dann auch natürlich sage, ey, das ist eine schöne Sache. Man kann nicht alles haben, man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen, wie man so schön sagt. Aber deswegen sage ich, da hat jeder seine eigene Geschichte, seinen eigenen Weg. Und ich finde es wunderschön, wenn jemand dann auch auf Familienfeiern oder seinen Kindern erzählen kann, das und das habe ich alles erlebt und da ist es so und da ist es so. Deswegen finde ich das echt eine schöne Sache, ja. Als der Terrence kam oder als sich abgezeichnet hat, dass er zum Waldhof kam, da war die Euphorie riesengroß. Natürlich, klar, haben viele Tore gemacht in all seinen Stationen, wo er war. Ist das nicht ein bisschen zu viel, ich will nicht sagen Druck, aber zu viel Euphorie und damit vielleicht auch wirklich ein Stück weit Druck auf den Spieler? Ja, ich kann mir vorstellen, dass es für den Terrence jetzt nicht die leichteste Situation ist, einfach weil der auch der Wechsel extrem polarisiert hat. Natürlich schon laut dann zum Waldhof. Definitiv, dann kommt noch dazu, dass viele ihn quasi als den Heilsbringer dann auch direkt angesehen haben. Ich sage immer, wir sind halt alle zu 11 auf dem Platz, beziehungsweise 25, 26 Mann im Kader. Und für uns alle ist das im Moment keine leichte Situation. Und er hat sich aber auch bewusst entschieden, uns helfen zu wollen. Und das ist ja auch ein sehr mutiger Schritt. Das muss man nicht machen als Spieler. Er wollte das aber auch bewusst so, weil er jemand ist, der Verantwortung übernimmt. Und ja, wenn wir jetzt alle aber auch den Turnaround schaffen, wir wollen und wir geben Gas. Und wenn wir dann auch wieder durch den Sieg uns da in eine bessere Situation bringen und im besten Fall dann auch wieder über den Strich klettern, dann ist es eine absolute Win-Situation, weil er natürlich aus familiärer Sicht den Wechsel dann auch gemacht hat. Und wenn dann aber noch der sportliche Erfolg dazukommt, der im Moment noch nicht so da ist, dann ist alles aufgegangen, was er sich so vorgenommen hat. Terrence, das ist was, was ich oft höre bei Mannschaftssportlern. Ich will der Mannschaft helfen. Ich kenne das von Torhütern, die sagen dann, ja, ich versuche, die Mannschaft im Spiel zu halten. Ist es das, was einen Profisportler auch gewissermaßen antreibt? Ich versuche, der Mannschaft zu helfen. Es gibt ja auch viele, die sagen, ich will nur meine 20 Tore machen. Na gut, also in diesem Alter bin ich schon lange nicht mehr. Das war, denke ich mal, wenn man ehrlich ist, schon zum Anfang der Karriere so. Und gerade in den Jugendteams, weil jeder kämpft, um Profi zu werden, dann die Anfangsjahre, dass du dir nah machst, dass du ein fester Bestandteil des Profikaders bist oder woanders hin wechseln kannst für mehr Geld. Das habe ich ja auch alle schon durchgehabt. Bei mir ist es seit Jahren so, wie du es gerade gesagt hast, du willst mit deinen Fähigkeiten helfen, dass die Mannschaft gewinnt. Nichts anderes, ob es Tore sind, ob es Vorlagen sind, ob ich, ich werde jetzt in jedem Spiel, die sind ja auch nicht blöd in der 3. Liga, in jedem Spiel werde ich Mann gedeckt und du umarme mich in der Box, reicht nicht für den Elfmeter, ich komme gar nicht vom Fleck. Dadurch ziehe ich aber, mache ich vielleicht Räume aber frei für jemand anderen, der hinter mir einläuft. Also das ist dann ja auch eine Art Hilfe. Und ja, also deswegen, ich bin schon lange nicht mehr in diesem Modus, ich schaue nur auf mich und ich mache jetzt so viele Tore und dann kann ich wieder wechseln. Das muss ich auch zugeben. Das ist, da würden viele Fußballer in den Anfangsjahren lügen, wenn sie nicht so denken würden. Aber da bin ich ja schon lange nicht mehr und genau, jetzt kämpfe ich auch darum, weil Familie passt es jetzt. So, aber jetzt denkst du ja auch, okay, du kannst es aber nicht absteigen. Und jetzt sind wir natürlich alle zusammen am Kämpfen, aber jeder ist ja wie so ein Riesen-Puzzlestück. Cialo ist ein riesiges Puzzleteil, ich bin Puzzleteil. Und jeder muss jetzt halt, es muss, das ist ja diese Magie eines Teams, das, oder die Schwierigkeit eines Trainers, dass du jetzt eine Mannschaft auf den Platz bringst, die homogen ist, die funktioniert, wo jeder seine Stärken ausspielen kann. Und dann spielt auch vielleicht mal jemand, der vielleicht nicht der Beste auf der Position ist, aber es passt einfach im Verbund mit den anderen Spielern. Genauso wie die Leute, die nicht vor Anfang an spielen, hinten dran sind, dass alles positiv bleibt und das ist nicht so einfach. Und wenn du aber dann ein Team gefunden hast, wo du weißt, okay, so performen sie, auch die, die reinkommen, die haben sich damit abgefunden und die performen auch um morgen nicht rum, dann hoffen wir auch, dass es jetzt mal bald soweit ist, dass wir dann auch sofort dann die Punkte einfahren. Und ich denke mal, das mit Freiburg war jetzt auch ein guter Schritt, auch wenn wir wieder verloren haben. Aber wir, denke ich mal, klar besser waren und darauf müssen wir aufbauen. Also es steckt eine Menge Tüfteln und Magie dahinter, wie kann ein Spieler der ganzen Mannschaft helfen und im besten Falle elf Spieler gleichzeitig der Mannschaft helfen. Das ist auch ein Stück weit das, was ja ein Trainer bewirken muss mit einer Mannschaft. Gibt es für dich, und du hast ja jetzt schon viele Jahre Erfahrung, das Gleiche gilt für den Messer natürlich auch. Gibt es irgendwo ein Stück, wo du sagst, das muss passen, dann werden wir erfolgreich sein? Oder sind es, wie du sagst, viele, viele Pusenstücke? Ja, viele Pusenteile. Also einmal ist natürlich die Taktik, da kann man jetzt das gute Beispiel wieder nehmen. Wir sind jetzt im Abschließkampf, wenn Leute sagen, ja, aber dann könnt ihr euch wenigstens den Arsch hochreißen oder ihr sollt kämpfen. Aber du taktisch halt wie ein paar Federmäuse rumläufst und du aber immer zehn Meter Abstand hast vom Gegenspieler. Heißt, der wird angespielt, du läufst zehn Meter hin, hat er schon den Ball, ist schon weiter gedribbelt, hat schon wieder zehn Meter Vorsprung oder den Ball schon wieder abgespielt. Wenn du zum Zeitpunkt, wo du erst ankommst, kannst du ja irgendwie schlechte Zweikämpfe führen. Heißt, das ist einmal Taktik. Du hast generell diese Menschenkenntnis, wie schaffst du es als Trainer, das finde ich sehr, sehr schön und interessiert mich auch richtig. Ich habe das beim Klopp gesehen, Streich Freiburg, muss ich auch sagen, der wird es wahrscheinlich auch hinbekommen haben. Wenn du es schaffst, dass deine Spieler, alle Spieler, auch die, die hinten dran sind, die nicht von Anfang an spielen, dass all deine Spieler für dich in den Krieg ziehen und die für ihren Nebenmannen halt sich opfern, das ist geil. Das ist, ja, also es gibt so viele Komponenten, ja, was einen guten Trainer ausmacht und, ja. Aber wie gesagt, für Marco jetzt in diesem Fall ist natürlich jetzt auch, der ist jetzt auch erst vor vier Spielen gekommen, weiß ich nicht. So, ich meine, die müssen jetzt auch erst mal noch ein bisschen rumtüfteln, okay, wer funktioniert überhaupt unter Druck-Situationen. Es gibt einmal die im Training, die mit Messi trainieren, aber am Spieltag siehst du sie nicht. Das sagt dir aber vorher keiner, siehst du ja erst, wenn das Flutlicht an ist. Und wie gesagt, da ist sehr viel einfach, ja, Gefühl dahinter, okay, oder Fingerspitzengefühl, wie du so eine Mannschaft nicht nur taktisch, sondern auch mental einstellst, ja. Und ein wichtiger Bestandteil bei diesem Puzzle ist der Kapitän und du bist ja seit langer Zeit Kapitän. Wie weit kannst du das beeinflussen, dass genau diese Faktoren, die er gerade beschrieben hat, dann auch eintreten? Kannst du das tatsächlich in der Kabine, weil die Leute denken ja immer, ja, der Kapitän, der läuft dann durch die Kabine und guckt, was weiß ich, scheißt jeden an, wenn wir verloren haben oder motiviert nochmal extra jedes Spiel. Das geht doch gar nicht, oder? Ja, ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht der Typ bin, der jeden zusammenscheißt und da auf irgendwie Alpha macht, sondern ich versuche eigentlich im regen Austausch immer mit den Spielern zu sein. Und gerade in so negativen Episoden, finde ich, sollte man halt eher den positiveren Ansatz, man muss natürlich den Finger in die Wunde legen und das macht aber dann auch der Trainer. Ich meine, da muss er die Marschroute vorgeben, was er möchte auf dem Platz, wie er das haben möchte und dann versucht man natürlich im Training, aber auch im Spiel das irgendwie vorzuleben und auch bestmöglich umzusetzen und das dann aber auch einzufordern. Ja, aber trotzdem im Austausch mit den Spielern, ja, positiv vorleben, ja, das fängt bei Kleinigkeiten an, Pünktlichkeit, Professionalität, dann halt einfach auch ein Ansprechpartner sein. Aber ich glaube, der ganz, ganz wichtige Faktor ist, dass man das nicht auf eine Person schultern sollte, sondern wir haben jetzt wirklich auch drei, vier, fünf erfahrene Spieler, die alle auch schon in ihrer Karriere Verantwortung übernommen haben und ich glaube, dass das sehr entscheidend sein kann. Wenn du auf dem Platz nicht nur einen, sondern elf, von elf hast du halt fünf, sechs erfahrene Spieler in jeden Mannschaftsteilen, ich fand das auch vor zwei Jahren genau, fand ich das beispielsweise auch sehr gut, als ein Schnatti zu uns gekommen ist, ein Marc Schnatterer, der dann offensiv vorne in der vorderen Reihe da war, ein Höger im Mittelfeld, dann hinten hatten wir mit Jesper und mir zwei gestandene Spieler, so und jetzt haben wir mit Terence wieder vorne einen erfahrenen Spieler bekommen. Ich finde es ganz gut, wenn in jedem Mannschaftsteil einer ist, der Erfahrung mitbringt, der das auch ein bisschen koordinieren kann, ein bisschen leiten kann und ja, da versuchen wir Älteren jetzt für jeden dann auch irgendwo da zu sein und ja, guter Einfluss zu sein. Und er macht es auch gut, muss ich sagen, weil, also ich habe jetzt schon viele Kapitäne erlebt in positiven, negativen Beispielen und jetzt zum Beispiel auch das erste Spiel, glaube ich, unter Antwerpen, dann war es auf der Bank, nicht rumgeheult oder hier, ich bin der Kapitän, ich muss spielen, sondern was jedem aus der Mannschaft auch eigentlich klar ist und ne, der kommt rein und schießt in ein absolutes Traumtor, um uns einen Punkt zu retten. Stimmt. Ne, das war ja Nico, hat er ja vorhin gesagt. Achso, das stimmt, das war sein Bruder. Achso, ja, 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 ja. Vergessen. Der ist nur noch Trainer. Der ist nur noch Trainer. Ne, und generell, was ich jetzt auch miterlebt habe, wo man nicht zu sehr ins Detail gehen kann, aber der Typ, der tut seine eigene Gesundheit aufs Spiel setzen, dass der einfach, gerade in so einer Situation wie jetzt, wo es um Klassenheit geht, ja, alles auf die Karte setzt und sich hinten ran stellt und das wird man wahrscheinlich später dann mal irgendwann verkünden können, aber das ist schon, das ist schon beachtlich. Also wirklich, was mir auch Respekt zahlt, wo ich selber sage, nee, du sollst eigentlich nicht spielen, aber der macht es trotzdem. Das hat er mir zweimal gesagt. Ja, 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 soll ich applaudieren jetzt? Nein, muss ich nicht. Aber was mich jetzt mal, Themenwechsel vielleicht, Terrence, du bist Amerikaner, in Bremen geboren, du hast natürlich ein amerikanisches Elternteil, wo man ja denken würde, okay, der Kerl ist kräftig, der ist groß, der geht bestimmt zum American Football oder fängt irgendwann mit Baseball an, aber warum oder wie bist du zum Fußball gekommen? Auch ganz einfach, weil ich in Deutschland aufgewachsen bin, also ich war halt die typische Army-Geschichte, stationiert, war im Golfkrieg, dann war ich, also das Baby, bis ich glaube ich eins war, also mein Vater kommt aus New York, haben wir dann da gelebt, dann die Scheidung und dann halt wieder ganz normal in Bremen, also deutsch, alleine mit meiner Mutter aufgewachsen, von daher hatte ich ja gar keinen Bezug zu Football oder Basketball damals und dadurch, dass jeder Fußball spielt, bin ich natürlich auch ganz schnell dieser Liebe entfallen und hat mein ganzes Leben nur Fußball gespielt und deswegen gab es nie irgendwie, also diese, wie soll ich das sagen, diese Berührungspunkte erst später. Ja, heute wird es sich ein bisschen ändern, heute wo wir wissen, dass American Football ja eine große Sportart ist, die mittlerweile auch geschaut wird und okay, Baseball vielleicht weniger, aber Basketball auf jeden Fall. Von wem hast du die Athletik? Vom Papa? Mein Vater war sogar Boxer. Also wirklich, der hatte schon Garde Maße, glaube ich. Ja, also ich denke mal, da wird ein bisschen was abgefallen sein, ja. Aber ich glaube, ich bin jetzt auf jeden Fall Breiton schwerer als er, also irgendwie ganz komisch, aber wie die Natur so spielt. Aber ja, der hat auf jeden Fall wirklich perfekten Bedingungen eines Profisportlers, ja. Ja, ja. Cello, ich muss die Frage, und ich schließe sie gerne an, wie er sagt, natürlich in Deutschland wirst du irgendwann mit Fußball, in Berührung kommen. Wie war es denn exakt bei dir? Unser Opa hat ja beim Waldhof gespielt und dann war es eigentlich so, dass wir relativ schnell einfach einen Ball vor die Füße geschmissen bekommen haben. Unser Opa hat uns bei uns in Käfertal im Garten dann ein Tor gekauft hat, einen Ball hingelegt hat und dann mit uns gespielt hat. Und dann war das eigentlich schon vorprogrammiert, da hat man keine andere Wahl gehabt, ne. Ja, und dann immer zum Fußball, wobei die ersten, ja, jeder kennt das, wenn man mit drei anfängt oder sowas, da ist es eher Sandkastengeplänkel. Ja, und dann wird es immer konkreter über die Zeit, aber natürlich mit den Wurzeln dann auch in der Familie, dass es da irgendwo drinsteckt. Ja, war vielleicht der Weg dann einfach so vorgezeichnet. Man hört immer das, was du auch vorhin angedeutet hast. Ja, die kämpfen nicht, die wollen nicht. Was ich ja für den größten Unsinn halte, den man sagen kann. Ich verstehe ja Fans, sie zahlen Geld, sie wollen Leistung, sie wollen vor allem gewinnen sehen. Aber das gibt es doch gar nicht, wenn du so weit kommst wie ihr beide, die auf diesem Niveau spielen, dann ist das doch, ich möchte es einfach, dass dieses Vorurteil endlich mal verschwindet. Du spielst nicht in dieser Liga, wenn du nicht jedes Spiel gewinnen willst. Liege ich da richtig, Marcel? Ja, das ist absolut korrekt. Und jedes Jahr kommen zigtausende aus den Leistungszentren raus und du musst dich jedes Jahr quasi, wenn du 13, 14, 15 Jahre Profifußballer sein willst, musst du dich quasi jedes Jahr durch die neuen Eindringle, sage ich mal, in die Branche, musst du dich durchsetzen. Und da geht es meistens, hat man sowieso immer nur zwei Jahresverträge, gerade in der dritten Liga oder so, da werden keine langfristigen Verträge gemacht. Da musst du dich halt jedes Mal behaupten und wieder durchsetzen und du willst ja auch irgendwo deinen Traumjob weiter ausführen. Hast zusätzlich eine eigene Erwartungshaltung und zusätzlich kommt dann noch eine Erwartungshaltung vom Verein, dass du die Ziele erreichst. Und dann geht es natürlich auch noch um den finanziellen Aspekt. Du sammelst ja auch Prämien ein, das darf man jetzt auch nicht irgendwie da leugnen oder vernachlässigen. Da spielen viele Motivationsfaktoren mit rein und da geht jeder auf den Platz, um in den 90 Minuten da zu fighten, um als Sieger vom Platz zu gehen. Ich sage, der entscheidende Punkt ist halt oftmals, in welcher Phase du dich in der Saison befindest. Bist du gerade eher in so einer Abwärtsspirale, bist du gerade in einer Aufwärtsspirale, hast du Selbstvertrauen als Team, als Einzelspieler, spielst du ganz anders, als wenn du gerade so ein bisschen gehemmt bist und als wenn alles ein bisschen schwieriger ist. Und dann sitzen halt die Fans auf der Tribüne, nicht jeder hat Fußball gespielt, nicht jeder. Und dann denke ich, ist es das Einfachste zu sagen, ja, die haben nicht gekämpft. Und ja, Tia hat es vorhin angedeutet, da spielt auch beispielsweise ein bisschen die Taktik mit rein, ja. Wenn du kurze Anlaufwege hast zum Gegner, dann kannst du in die Zweikämpfe kommen, dann kannst du die auch führen. Dann erwarte ich auch natürlich, dass die geführt werden, 100 Prozent. Daran kann man es dann auch messbar machen. Wenn du natürlich immer so schwimmend in den Positionen bist, nie diese Griffigkeit hast, um in die Zweikämpfe zu kommen, dann wird es schwer, weil ein Spiel dauert 90 Minuten. Und wenn der Gegner dich laufen lässt, weil er einen guten Ball zirkulieren lässt, dann wird es halt echt übel. Und dann kann es so wirken, als wenn man nicht kämpft. Aber da kann ich dir versprechen, da leidest du richtig auf dem Platz. Ja, das glaube ich gerne. Der Celle das gerade so angesprochen hat, es wird ja oft drüber gesprochen, über dieses Selbstvertrauen. Natürlich, wenn du fünf in Folge gewonnen hast, hast du ein anderes Selbstvertrauen, als wenn du fünf verloren hast. Was das konkret bedeutet, konnte mir bislang noch niemand in irgendeiner Form erklären. Bedeutet das, dass du lieber den sicheren Pass spielst, als den Risikopass? Oder in deinem Fall gibst du lieber die Kugel wieder raus, als dass du selber aufs Tor schießt, weil du Angst hast, der fliegt zehn Meter drüber? Ich meine, du bist lang genug dabei. Ich bin lang genug dabei und trotzdem bin ich auch ein Typ, der auch damit zu kämpfen hat. Also ich bin zum Glück in einem Alter, wo ich weiß, als Mensch wie auch als Fußballer, ich weiß, was ich kann und was ich nicht gut kann. Und ich kann mich gut auch von außen betrachten, so okay, ist jetzt gerade so und so läuft es gerade bei dir. Ich als Stürmer zum Beispiel, ist ja klar, ich definiere mich über Tore. Aber bei mir zum Beispiel ist es auch so, du kommst ins Spiel rein, ich habe, glaube ich, mit dem Torwart oder wahrscheinlich die wenigsten Ballkontakte in dem Spiel, wenn es brenzig wird vorne. Da muss es dann auch da sein. Aber sonst, wie lange Bälle, die du festmachen musst und so weiter und so fort, da spielt schon Selbstvertrauen eine große Rolle. Wie überzeugt bist du von dir? Und wenn du gerade merkst, okay, es klappt gerade nicht, wie du es gerade gesagt hast, dann machst du erst mal die einfachen Sachen, sichere Pests, dass du einfach mal ein paar, ein bisschen was Positives reinkriegst. Es fängt bei jedem Spiel von vorne an, ich weiß auch nicht warum. Gut, ich sage mal so, mir ist das eigentlich in der Box, was Selbstvertrauen angeht, wenn ich weiß, ich kann schießen, dann schieße ich. Also eigentlich bin ich relativ, was das angeht, immer relaxed in der Box, weil ich dann weiß, sehe ich jemanden, der besser steht, spiele ich rüber. Das einzige Problem ist auch mit dem Selbstvertrauen, dass du dann manchmal, da hast du eigentlich zwei Fällen und manchmal hast du dann so Momente, wo du jetzt kurz vorm Torabschluss bist und als Störmer musst du eigentlich immer das Erste machen, was dir in den Kopf kommt, egal ob es dämlich ist oder nicht. Manchmal kann diese dämliche Idee aber zum richtig geilen Tor führen. Wenn du dann aber denkst, ach nee, oder ich mache lieber, dann bist du schon vorbei. Und das hast du dann auch ganz oft, weil du einfach gerade nicht im Reinen mit dir selber bist und nicht cool genug in der Burner gerade bist. Und das ist, also das werde ich am Wochenende genauso wieder von vorne haben. Das fängt immer wieder von vorne an. Und obwohl du weißt, wenn ich jetzt nach Hause gehe, ich weiß, was ich kann. Ich weiß, ich bin kein schlechter Stürmer, aber trotzdem kämpft jeder irgendwie mit seinen eigenen Dämonen. Das ist halt auch immer so ein Ding, ja. Ich würde gerne, weil das ja Menschen aus der Kurpfalz heißt, diese Sendung, würde ich gerne nochmal explizit jetzt auch über die Kurpfalz sprechen. Du hast ja gesagt, deine Frau kommt von hier, du bist deswegen auch zum Waldhof, weil deine Kinder hier natürlich groß werden wollen und du nicht nochmal zum anderen Verein wechseln wolltest. Und vielleicht die Kinder damit mitziehen müssen oder sollen oder können, wie auch immer man das bezeichnen will. Du bist, wie du gerade gesagt hast, in New York gewesen, du hast andere Städte gesehen. Du lebst jetzt hier seit einigen Jahren, beziehungsweise deine Familie. Was macht denn die Kurpfalz für dich aus? Das ist eine sehr gute Frage. Ich höre immer Rieslingsschorler an der Stelle. Was macht es aus? Also ich finde auf jeden Fall, dass es sehr liebenswerte Menschen hier sind in der Region. Das muss ich auf jeden Fall sagen. Kommen auch immer mehr klar mit diesem Kurpfälzischen. Ja, mit der Sprache oder mit der Art? Ja, also ich werde niemals so reden können. Ich hoffe, dass der Bremer Snack nie rausgeht bei mir. Aber ein Wort, was ich zum Beispiel auf jeden Fall im Wortschatz drin habe und was mir noch gefehlt hat, ist Ayo. 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 Das ist gut. Ist mir sonst, was die Küche angeht, ein bisschen zu viel Bratensauce. Okay. Generell. Also überall wird Soße draufgepfeffert, wo ich mir auch denke, hm. Okay. Ja, aber sonst, also wie gesagt, ich komme sehr gut klar mit der Region und mit den Menschen hier. Und das gefällt mir einfach, ja. Und du unterstreicht das, Marcel? Ja gut. Aber du kommst ja von hier. Ja. Pfefferdal. 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 Ja, verköstigen lassen und sowas. Ja. Du hast am Wasserturm schön. Du kannst einen Kaffee trinken gehen. Du hast wunderschöne Golfplätze. Wenn wir mal auf unser gemeinsames Hobby da eingehen. Ich spiele gern Golf. Also du, ja, du hast einfach, hast du einfach schön hier. Ja. Letzte Frage an beide zusammen. Ihr seid jetzt, ich sage nicht betagtes Alter, aber auch schon ein bisschen älter. Da weiß man ja, dass die Karriere irgendwann, so wie du vorhin angehalten hast, nicht ewig weiter geht. Gibt es da schon Gedanken? Fangen wir bei dir an, was danach passiert? Bei mir ist es ein Ding zwischen vielleicht in die Medienlandschaft rein und oder auf dem Platz bleiben, also Trainerjob. Das sind so die zwei Dinger, wo ich auf jeden Fall sage, oder diese Region, wo ich schon hinschiele, aber jetzt trotzdem erstmal alles auf mich zukommen lassen werde und auch hoffentlich, ja, die Zeit und die Möglichkeiten haben werde, mich ein bisschen austoben zu dürfen. Also das ist so mein Plan. Genau, ich habe jetzt keine Angst vor dem sportlichen Tod oder dass es jetzt irgendwann zu Ende geht. Trotzdem weiß ich aber jetzt schon, dass ich wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich in ein großes Loch fallen werde, weil du jetzt seit 15 Jahren nichts anderes machst, außer, geh gleich in die Kabine, dann blödelst du rum, dass auf dem Trainingsplatz, wenn du dann noch irgendwie Lattenschießen machst oder irgendwelche dummen Wetten oder keine Ahnung, du... Klassiker, Klassiker. Oder wir beleidigen uns gegenseitig auf dem Platz. Das ist so, das ganze Rumbüllen, das ist halt einfach immer eine Familie, die du da hast, eine andere. Und ich glaube, und dann natürlich, brauchen wir auch nicht drüber reden, der Spieltag an sich, das ist, was Geileres gibt es nicht. Und für mich als Stürmer, es gibt nichts Geileres seit so einem Moment, wenn du triffst. Und deswegen, das wirst du auch nicht, du wirst es nicht, wie soll ich das sagen, anders oder künstlich erzeugen können. Das kann, also du wirst diese, diesen Rush wirst du nicht mehr kriegen. Das wird, glaube ich, schwer sein, da mal klar zu kommen, auch wenn ich weiß, dass es bald soweit sein wird. Ja, aber wie gesagt, also ich habe jetzt mein letztens bei hier, Keeping Up with the Kardashians, da hat die Chloe Kardashian einen richtig geilen Satz rausgehauen. You wanna make God laugh, tell him about his, tell him about your life plans. So, und das fasst es sehr gut zusammen, deswegen, man weiß nie, wie das Leben spielt und dann kommen wahrscheinlich immer ganz andere Hürden oder dann landest du wahrscheinlich doch in einem ganz anderen, auf einem ganz anderen Gebiet, ne, und von daher musst du, im Leben musst du improvisieren und das so nehmen, wie es kommt und dann auch die Rückschläge, und die kommen immer, äh, es macht das Leben, ja, so hart oder auch irgendwie schön, ähm, musst du trotzdem positiv bleiben und das Glas muss irgendwie halb voll sein. Halb voll sein, meins ist noch ganz voll. Ich darf mich zum einen bedanken bei euch beiden. Deine Pläne haben wir noch gar nicht gehört. Ach, den haben wir doch schon mal gehabt hier in dieser Sendung, der hat doch schon mal alles erzählt, ähm, zum einen, ich darf auch... Ich werde hier klein gehalten. Ja, der hat aber doch schon mal gehalten. Nein, alles gut. Ich mag, ich mag, ich mag, ich mag zwei Sachen noch sagen zum Abschluss dieser Sendung. Zum einen wünsche ich dir, dass du weniger Essen mit Soße bekommst. Dass es hängen geblieben ist, weil dir das nicht schmeckt. Und der Cello soll gesundheitlich, äh, fit bleiben und, äh, noch ein bisschen blau-schwarzes Trikot tragen, weil solche Spieler braucht man. Herzlichen Dank für den Besuch. Vielen Dank. Dankeschön. Das war Menschen aus der Kurpfalz, präsentiert von der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord und AMEE, die Akademie für Motivation, Entwicklung und Erfolg. Mehr zu sehen und zu hören gibt es auf der Heimat-App kurpfalz erleben und unter kurpfalzerleben.de. Bis zum nächsten Mal.